So, äh, wir brauchen einen Hausmeister mit Geisterjäger, haben wir nicht, alles klar, dann, Freischaltung ab Krankenhausstufe ziehen, ja, ihr seid lustig, ihr seid lustig, wir haben keinen Kranken-, kein, ähm, Hausmeister. Ja, gute Nachrichten, wir haben inzwischen schon 20% geheilt mit jedem Patienten, ja, ja, alles klar, wir haben, äh, guter, äh, Dings, Einstellungen, bereit für Weiterbildung, hier hat keiner Geisterweiterbildung, aber wir brauchen sowieso nochmal einen Hausmeister mehr, mal gucken, vielleicht hab ich ja, ne, neue Bewerbung, neun Tage, na, guck mal, Gucken wir mal, der macht zumindest schon mal hier den Schmutz weg, ähm, erzähl mal, was haben wir noch, äh, ein paar Stationen, allgemeine Diagnostik, Apotheke, äh, gut, da brauchen wir im Endeffekt erstmal nichts, wo ist der Geist hin, ah, da, so, mal gucken, einstellen, in zwei Tagen, Ein Tag, und, da, da, ach, guck an, guck an, guck an, die macht das trotzdem, auch wenn sie keine Geister Ausbildung hat, was ist mit dem los, Energie, 18%, äh, Nachwuchspflege heißt er Wir machen mal Pause jetzt So, wunderbar Was ist hier los? Wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? Oh, nee Heile drei Patienten mit helles Köpfchen Aber, wa, wa, wa Versteh ich nicht Er ist eingeheilt Na, we, oh, scheiße, doch ein Geist Äh, haben wir jetzt einen Geisterjäger? Nee, haben wir nicht Auszeichnung und jährliche Bewertung ansehen Gesundheitspreis des Two Point County So, herzlich willkommen bei der Preisverleihung des Gesundheitspreises des Two Point County Als allererstes werden wir den Arzt des Jahres ehren Und das ist Dr. Jeine Kleinrich Herzlichen Glückwunsch Als zweites kommt der Krankenpfleger des Jahres Und der Preis geht an Alfred Robe Herzlichen Glückwunsch Und der nächste Preis, der Hausmeister des Jahres Dieser Preis geht an Jumbo Mega Cop Nicht an uns Und der nächste Preis, der Assistent des Jahres Geht an Holistix Naja, Arbeitgeber des Jahres Könnten wir vielleicht auch nochmal schaffen Und zwar geht dieser Preis an Jawohl, Hoxport So, keine Todesfälle Wird Hoxport definitiv nicht haben Denn wir haben schon zwei Todesfälle Dieser Preis geht an Holistix Dann haben wir noch das Krankenhaus mit dem höchsten Prestige Das geht an Holistix Oh Und der Patientenpreis geht an das Krankenhaus Bungle Meditech So, also drei Auszeichnungen haben wir Nach den Auszeichnungen geht es hier weiter So, wir können hier die besten Listen sehen Kontoauszug Sieh an, sieh an Ausstehende Kredite Nee, wir haben keinen Kredit Gewinn und Verlust Zwölf Monate Einnahmen Plus 179.810 Dollar Ausgaben 103.000 Ja, ist doch gut Aber irgendwie sinkt das hier trotzdem Und das kann auch keiner verstehen Personal Gucken wir mal Das Personal Personalstimmung ist eigentlich relativ gut Gehaltszufriedenheit Neuer könnte besser sein Energie Energie ist auch okay Ausstattungslevel Ja Okay Könnte auch besser sein Krankenhausattraktivität Krankenhaustemperatur ist super Krankenhaushygiene ist auch gut Die Bedürfnisse sind auch okay Ja, Pausenrichtlinien können wir hier einstellen Heißt Schieber für Pausenrichtlinien Zwei von drei Ärzten können gleichzeitig eine Pause einlegen 67% Pausen dauert 20 Tage So viel Pause hätte ich auch gerne Ich muss mal ganz kurz was trinken So Hier haben wir die Patientenübersicht Warnung über lange Schlangen Null Lange Schlangen Null Patienten die gleich abhauen Null Patienten die auf ein neues Zimmer warten Null Patienten kurz vorm Tod Null Und hier ist das Protokoll Ach du großer Gott Alles klar So Weiter geht's Wir müssen noch helle Köpfchen her Helle Köpfchen müssen wir retten Wir haben irgendwie gar keine Patienten Hier Ah, da kommt ein helles Köpfchen Achtung Ein helles Köpfchen Komm, das verfolgen wir mal Das helle Köpfchen Auf dem Weg zur Aufnahme Hier kann man zum Beispiel auch die Schlangenreihenfolge festlegen Aber momentan wartet ja keiner Also Schönen guten Tag Frau Doktor Jeine Kleinlich Also Sie sehen ja Ich will nachts schlafen Aber ich kann nachts nicht schlafen Es ist alles so hell Was kann ich denn da machen Gehen Sie mal zur Station Ja, alles klar Wir gehen zur Station So Gehen wir zur Station Ich meine Licht brauche ich nicht Ich habe ja genug Licht Große Glühbirne habe ich So Guten Tag Die Frau Doktor Ich weiß nicht Wer hat mich hier zur Station geschickt Ich lege mich mal hier ins Bett Wenn ich denn Recht ist Oder so Oh, jetzt kommen zwei junge Männer Oh, herrlich Wunderbar Gute Nacht Ich lache Ich lege mich da mal hin Oh, no, no So So Ja Und nun Zufriedenheit Plus 14% Stimmung Zufriedenheit Oh ja Ich bin sehr zufrieden Gesundheit ist auch sehr gut Durch Ich kann was essen Was trinken Klobedürfnisse Muss ich nicht Langeweile Oh ja Krankenhaus Okay So Ja Achso Was haben wir denn jetzt für den Termin Wo müssen denn Ach Zur Arztpraxis Alles klar Äh Da gibt es immer gleich dran Ja So Oh Oh Das könnte ich sein Oh Ja Moment Ich komme Oh Oh Die Frau Doktor bestimmt Wieder Warum ist hier denn die Was kann man denn noch machen Dass denen die Krankenhausattraktivität Ah ja gut Man könnte hier ein paar Pflanzen noch entbauen Die dann nicht mehr gegossen werden Oh ja Wir haben ja Wir haben ja gar keine Pflanzen Leute Wir haben ja keine Pflanzen Das geht ja gar nicht Das ist ja Absolutes No-Go So So Stehen wir da auch mal mit Eine Pflanze rein Ach guck Ach guck 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 So Da wird mal eben die Die Glöbine abgeschraubt Kopf geformt Eine kleine Blondine Was denn sonst Ach das ist ein Typ Ne Ich dachte schon Marble White Helles Köpfchen Geheilt Ja wunderbar Zwei von drei Perfekt Ach da ist Da ist schon das zweite Grüne Helle Köpfchen Ähm Meine Aufnahme ist nicht belegt Heiß Wir müssen vielleicht mal Einen Assistenten noch einstellen Oh Ich habe hier Ganz günstigen Das ist nun die Pausenvertretung So Da warten nämlich schon zwei Leute Ähm Oh die Ärztin hat auch Pause Haben wir dann hier Die Ärztin Den Arzt Ja der ist da Wunderbar Äh Oje Behandlung fehlgeschlagen Erfolgschancen So war bei 68% Was hat so WC Warzen Aber du stirbst wenigstens nicht Ne Das ist doch schon mal was Äh wo ist das helle Köpfchen hin Nichts da noch im Bett Langweilen sich bald zu Tode Ja was könnte man dann machen Was könnte man dann machen Ähm Broschurenständer habe ich Zwei Stück schon Ja Weiß ich nicht 125k haben wir Zeitschriftenständer Von mir aus könnt ihr auch mal Zeitschriften gucken Also ich meine Also ich meine Es hält Patienten und Personal Bei Laune Aber vielleicht wird den ja dann Jetzt nicht mehr so langweilig Wenn sie sich hier Was sind das für Zeitschriften Kann man das lesen Hey Och guck mal hier Wie geil Das ist ein Mac Äh äh ähm Ähm Na Macbook Ne Ach ihr wisst was ich meine iMac Äh wo willst du hin Musst du warten Ah ist hier Wo ist denn hier der Doktor Doktor Pat Hollison Da kommt Och der alte Sack Kommt der Haare Macht er schon Drühen Warum hat er das jetzt Drühen gemacht Achso weil wir Einghalt haben Ja hier Guckt ihr doch nicht Die Pflanzen an Macht mal lieber Der sollte auch mal Wieder repariert werden Rufen wir gleich Mal raus Meister Profil nur 4063 Profil Sieh ich grad viel Und Fertig So Geschätzter Krankenhausleiter Ein Sterne Krankenhaus Glückwunsch Ein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium Von Two Point Mit einem Stern Also einem von Maximal drei Sternen Bewertet Ich habe zuvor des Tages Deine Akte aus Der meine Mülleimer Gerettet Baue dein Unternehmen In Hoxport weiter aus Um hier noch mehr Ruhm, Reichtum Und Schnickschnack Zu ernten Wenn du es eilig Mit der Expansion hast Kannst du auch Ein neues Krankenhaus In Lauer Bullocks eröffnen Du hast ganz allein Die Wahl Mit wohlreichenden Grüßen Tarquin Fox Bitch Gesundheitsministerium Ich würde sagen Wir werden das hier Noch ein bisschen Fortfahren Dank der Krankenhaus hat Erhalten Also Beförderung Du willst befördert werden Wer bist nur Petzer Achso Du hast den gerade gerettet Du hast den behandelt Ja Du kriegst Eine Gehaltserhöhung Eine Beförderung Was wirst du denn Medizinstudent Allein Kann jetzt Achso Kann jetzt befördert werden Zum Assistent Assistenzarzt Und das so in dem Alter Ist schon ein bisschen Peinlich oder Also wir haben ein Bild Freigeschaltet Die Erleuchtung Ne komm Das hängen wir doch Gleich mal hier ran Also Und Hier natürlich Vielleicht ist der Dann nicht mehr so Langweilig Wenn die hier die Bilder Sehen Ich weiß es ja nicht Sogar der Wartebereich Da Also Haben wir auch ein neues Zimmer freigeschaltet Nein Pausenzimmer Ich habe hier noch so Unglaublich viel Platz